Wir sind jetzt hier in einem sehr geilen Gebäude, das ist gerade erst, das ist übrigens die Brücke nach Argentinien, das wird gerade erst gebaut und die vermieten und verkaufen und hier kann man sich halt noch einmieten. Ich glaube das vor uns gerade, das ist das Gebäude, in dem wir jetzt eigentlich uns einmieten wollten, was wir dann noch tun werden, weil das hier wird erst Ende des Monats fertig. Aber das ist natürlich ein traumhafter Blick und das ist jetzt quasi, man kann das hier mieten dann, müssen wir mal gucken. Und das hier oben ist für alle quasi, für alle die hier wohnen, also so ein Schwimmbad, so ein Infinity Pool ist das dann ja quasi, weil man ja aufs Wasser guckt. Und hier ist dann noch, das ist auch für alle nutzbar, dann ein Riesengrill scheinbar. Warte mal, lass mal oben. Das ist ja was für Dani hier. Ein Riesengrill für alle. Was schade ist, dass das hier immer nicht instand gehalten wird. So schön das jetzt ist, das wird wahrscheinlich zwei, drei Jahre ganz cool sein, aber da es dann wieder nicht instand halten, wird es alles wieder kaputt gehen wahrscheinlich. Aber ja, es ist jetzt halt gerade eine Fertigstellung und die wollten wir hier oben noch. Was hat er gesagt? Pool, Grill und Solarium. Verrückt, Solarium in so einem Land doch nicht. Naja, auf jeden Fall mega.